Ich bin der Werner aus dem Steinzeitpark. Ich bin ja hier der Steinzeitjäger im Steinzeitpark Dithmarschen. Einige kennen mich ja vielleicht schon. Und ja, bei uns ist jetzt so langsam winterlich und wir werden jetzt langsam den Park schließen. Deswegen möchte ich jetzt nochmal Tschüss sagen. Aber vorher will ich noch was ankehren. Und zwar, erstens hatten wir ja einen ganz, ganz schönen Sommer hier. Zumindest was die Aktivitäten betraf. Das Wetter war ja so ein bisschen naja. Aber wir haben ja dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum gehabt vom Steinzeitpark. Und dazu hatten wir dann 60 Steinzeitleute eingeladen. Wir hatten hier ein großes Steinzeittreffen, wo wir einfach hier ganz viel zusammengesessen haben. Miteinander gekocht haben, viel geredet haben, viel gelernt haben voneinander. Und Besucher konnten das natürlich mit angucken. Vielleicht waren einige von euch ja hier. Und das Schöne daran ist, nächstes Jahr wollen die alle wiederkommen. Also Ende Juli, die letzte Juliwoche, 10 Tage lang, haben wir dann wieder hier ganz, ganz viele Steinzeitmenschen aus ganz Europa zusammen. Und das wird sicher ganz spannend. Aber natürlich werden wir noch viele andere Sachen auch nächstes Jahr hier haben. Viele Aktivitäten. Schaut einfach mal auf die Webseite, da gibt es was. Aber jetzt verabschiede ich mich erstmal. Ich haue jetzt ab nach Afrika in den Sommer. Nach Namibia, da werde ich mit Buschleuten in der Wildnis rumrennen. Und zu Ostern bin ich dann wieder da. Also bis dann. Tschüss.